Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge Security News Kompakt. Das ist die Kalenderwoche 8, glaube ich. Habe es gerade nochmal nachgelesen. Valentinstag ist vorbei und hey, die Friseure dürfen wieder öffnen. Welch ein Glück für all diejenigen, die sich noch nicht zu Hause versucht haben, in irgendeiner Art und Weise selber zu massakrieren oder massakrieren zu lassen. Ich habe ein paar Themen heute mitgebracht. Wir wollen nochmal zurückschauen auf den Superbowl und dass es dort tatsächlich ein extremes Sicherheitsrisiko gegeben hat. Nicht direkt am Superbowl, aber in der Nähe des Superbowls. Und dann schauen wir in die Hauptstadt, denn auch wenn der Flughafen BER jetzt endlich eröffnet ist, nach ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten Bauverzögerung, gibt es dort einige Probleme. Und auch für die Kollegen der Luftsicherheit, die dort im Einsatz sind. Und dann wollen wir uns ein bisschen rechtlich damit beschaffen. Nämlich, was hat denn der Unternehmer eigentlich für Fürsorgepflichten? Und zum Schluss habe ich mal wieder ein Top-Beispiel mitgebracht, wie es nicht sein sollte und warum wir im Sicherheitsdienstleistungsgesetz viel, 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 viel härtere Strafen benötigen. Also starten wir vorneweg mit der ersten Nachricht aus Florida und zwar aus Oldsmar. Das ist tatsächlich ein bisschen außerhalb vom Temper, ein bisschen entfernt, aber möglicherweise auch die Trinkwasser- und Grundwasserversorgung der Stadt, die dort angegriffen wurde und zwar zwei Tage vor dem Superbowl-Ereignis. Und das ist tatsächlich erst diese Woche, also letzte Woche, ich nehme ja wieder am Freitag auf, letzte Woche herausgekommen, dass tatsächlich es einen Hackerangriff auf die Grundwasseraufbereitungsanlage gegeben hätte. Nur durch Zufall konnte man relativ früh dem entgegenwirken, weil ein Mitarbeiter live beobachten konnte, wie sich sein Mauszeiger am Bildschirm bewegte und die Zufuhr von Natriumhydroxid von 100 Teilen pro Million auf 11.100 Teile pro Million erhöht hat. Es hätte noch einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus gegeben, nämlich ein Säure-Messsystem. Aber kommen wir mal ganz kurz, ihr werdet euch fragen, Natriumhydroxid ist auch bekannt als Etznatron und das wird in den USA tatsächlich dem Trinkwasser zur Säureregulierung hinzugefügt und das verhindert eben in den Rohren die Korrosion und reduziert auch vor allem dann auch in Bleirohren tatsächlich die Freisetzung vom giftigen Blei. In einer entsprechenden Dosierung vollkommen ausreichend und überhaupt nicht schädlich, aber in einem erhöhten Ansatz, in einem erhöhten Prozentteil gab es tatsächlich Versuche, wo es Natriumhydroxidlösung auf menschliche Haut eine Reaktion mit leichten Hautreizungen, schwere Reizungen und tatsächlich auch wirklich schweren Vergiftungen ergeben hatte und wir wären dann ungefähr, also bei den Versuchen sagt man, schwere Reizungen ab vier Prozent der Haut, 11.100 Teile pro Million entsprechen ungefähr 1,11 Prozent, also wir sind dann tatsächlich irgendwo bei leichten Schädigungen, aber nichtsdestotrotz war das tatsächlich ein Angriff auf die kritische Infrastruktur, die wir dort in den USA erlebt haben. Der Sheriff konnte sich tatsächlich am vergangenen Montag, also vor einer Woche, noch nicht dazu äußern, ob es tatsächlich einen terroristischen oder einen sonstigen Hintergrund dazu gegeben hätte, die Ermittlungen laufen, Täter und Motive sind hier tatsächlich unbekannt. Ich habe schon gesagt, eingangs, Flughafen BER in Berlin-Brandenburg in Schönefeld macht mal wieder Schlagzeilen und nicht nur die Schlagzeilen, die wir aus den vergangenen Wochen allesamt schon kennen, dass durch Corona dort Millionen an Umsätzen fehlen, dass weiterhin tatsächlich auch der Flughafen in Zukunft mehrere Jahre tatsächlich auch in den roten Zahlen drin bleiben würde. Nein, diesmal ging es neben diesen ganzen anderen Themen auch um das Thema Luftsicherheitskontrolle. Und dort im Hauptterminal berichteten bereits vergangene Woche Mitarbeiter von Secretas, die dort als Luftsicherheitskontrollkräfte eingesetzt wurden, über Verdi an dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, dass teilweise in dem neuen Hauptgebäude Temperaturen um die 14 Grad herrschen und dass Angestellte in ihren Winterjacken arbeiten müssen. Zudem gab es ja diverse andere Probleme, ihr habt das vielleicht mitbekommen, auch die Geräte sollen nicht entsprechend getestet sein, beziehungsweise, das ist dann der Gegenvorwurf von der Bundespolizei, die Geräte sind getestet, der Boden sorgt für statische Aufladungen über die Schuhe bei den Mitarbeitern, sodass immer wieder vereinzelte Stromschläge im Bereich der Röntgengeräte stattzufinden sind. Also der Flughafen negativ in den Schlagzeilen. Jetzt war es tatsächlich so, die zweite Meldung, das seht ihr hier auch tatsächlich, mal kurz gucken, ja, irgendwo, da seht ihr das, tatsächlich, dass derzeit am zentralen Kontrollpunkt im Terminal 1 nicht gearbeitet werden kann und auch die Bundespolizei bestätigte tatsächlich, dass seit Sonntag, also letzten Sonntag, die Sicherheitskontrollen ausschließlich in den Pavillons stattfinden könnten, denn die könnten beheizt werden. Also all diejenigen, wo wir uns über Baufusch und planerische Leistung oder Ähnliches schon mal diskutiert haben und lustig gemacht haben, auch hier wieder das nächste Thema. Also offensichtlich sind nur zusätzlich oder aufgestellte Pavillons, beziehungsweise Nebengebäude, beheizbar und tatsächlich auch hier wieder der Hinweis, die Temperaturen sind nochmal auf 13 Grad gesunken, sodass die Mitarbeiter der Luftsicherheitskontrolle dort am Wochenende ihre Mäntel angezogen hatte. Das hätte aber dann tatsächlich zu Verwirrungen unter dem Personal selber gegeben, weil die Mitarbeiter damit nicht mehr erkennbar oder unterscheidbar wären zu den eigentlichen Passagieren. Ein riesen Hin und Her, man konnte, auch die Mitarbeiter untereinander konnten sich nicht mehr entscheiden, so sehr nicht mehr klar von den Passagieren getrennt gewesen. Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg sagte, es liegt kein technischer Schaden vor, also das alles, was da gerade passiert mit den niedrigen Temperaturen, hat man offensichtlich anders kalkuliert. Man hätte tatsächlich gerechnet, dadurch, dass mehr Personen reisen, dass damit auch tatsächlich bei kälteren und an den aktuellen Außentemperaturen, die wir haben, die auch in Berlin irgendwo zwischen minus 5 und minus 15 Grad liegen, durch die Personen, die immer Haupthalle unterwegs sind, sich aufheizt diese Haupthalle, sodass dann praktisch eine Wärme entsteht, die ausreichend ist zu arbeiten. Also auf diesen Gedankengang muss man erstmal kommen. Die Haupthalle ist also tatsächlich nicht beheizbar, sondern man hätte erwartet, dass es tatsächlich über die Personenbewegung dort unterwegs sind. Naja, was soll ich sagen, man hat das jetzt also entsprechend verlegt. Wir haben auch tatsächlich, nicht wir, sondern die Flughafengesellschaft hat, ein bisschen die automatische Türsteuerung angepasst, sodass die kalte Zugluft von außen eingeschränkt wird. Wir schauen mal, aber entgegen anderslautender Abläufe sei am Flughafen der Flugbetrieb zu keiner Zeit eingeschränkt worden. Spannende Nachrichten also aus Berlin. Und ich glaube, der BER hält noch die ein oder andere Überraschung für uns bereit. Ja, der kurze Werbepart an dieser Stelle wieder. Ich habe letzte Woche schon mal über einen oder in der letzten Security-News-Folge über einen Fall gesprochen, wo es tatsächlich darum ging, dass in Deutschland eine Sicherheitsfirma genutzt wurde, um betrügerische Absichten zu nutzen, auszunutzen bei älteren Personen. Heute gab es, also heute am Freitag gab es die Meldung, dass ja auch in Berlin ein Pärchen, ein räuberisches Pärchen vor Gericht steht, wo eine im Sicherheitsgewerbe gearbeitet hat und ältere Damen um mehrere hunderttausend Euro bedrogen hat und Goldmünzen etc. Aber auch dieses ganze Thema Sicherheitsdienste für betrügerische Möglichkeiten, Maßnahmen, da ist immer größer. Ja, und wenn ich das nicht weiß und dann plötzlich eine betrogene ältere Dame bei mir anruft, dann habe ich möglicherweise auch ein Problem. Von daher hier wieder der Hinweis auf unsere Schulung, Digitalisierung und Medienauswertung im Sicherheitsgewerbe. Ich muss natürlich gucken, was passiert denn da draußen gerade und vor allem, mit welchen Tricks arbeiten dort Banden, organisierte Kriminalität etc. Was für Warnungen gibt es vom BKA? Alles das findet ihr in der Schulung, die habe ich euch nochmal in den Shownotes verlinkt. Wir haben die Schulung auch tatsächlich nach dem ersten Feedback angepasst. Es ist ein bisschen interaktiver geworden. Wir haben viele Videos reingebracht. Schaut es euch an. Schaden tut es euch alle Fälle nicht. Und ein Zertifikat von der Akademie für Sicherheit von Jörg Zitzmann, der Name ist ja letztendlich einer der großen Namen in der Branche, damit sich sein Portfolio und seinen Lebenslauf zu erweitern. Ich glaube, das schadet überhaupt niemandem. Ansonsten die Hinweise, wenn euch Security News interessieren, was passiert eigentlich in den letzten Jahren, welche Fälle wiederholen sich immer wieder, wo haben wir immer wieder gleiche Tendenzen, kann ich euch auch wirklich nur mein kleines Jahrbuch der Sicherheitsbranche empfehlen, das natürlich auch in diesem Jahr weitergeschrieben wird. Ein Aufreger vergangene Woche. Und das war für mich wirklich, wirklich, wirklich an dieser Stelle ein Aufreger aus mehreren Gründen. Nicht nur aus dem Grund, dass praktisch es offensichtlich jemand der Meinung war, dass er einen Sicherheitsmitarbeiter angreifen müsste und schlagen musste. Und zwar nicht nur einfach, sondern mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Sondern auch vielmehr diese ganze Thematik, wie setzen wir unsere Personale ein. Landstuhl, das liegt in Rheinland-Pfalz, ist die Zuständigkeit der Polizeidirektion Kaiserslautern. Dort wurde ein 70-jähriger Sicherheitsmitarbeiter, der offensichtlich in einer Bank angestellt war, beziehungsweise für eine Bank im Einsatz war und die dort die Mund-Nasen-Bedeckung kontrollieren musste, von einem Aggressor, den er kurz zuvor darauf hingewiesen hatte, dass er bitte seine Mund-Nase-Bedeckung tragen sollte, sofort täglich angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Das an sich ist ja überhaupt schon sehr, sehr dramatisch. Was viel, viel, viel dramatischer aus meiner persönlichen Sicht an dieser Stelle ist, ist auch die Verantwortung des Unternehmers. Weil schauen wir mal uns hier tatsächlich das mal an, die DGUV-Vorschrift 24 Wach- und Sicherheitsgewerbe mit den zusätzlichen Ergänzungen. Da haben wir nämlich einen Paragrafen 3. Und dieser Paragrafen 3 sagt, der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Wach- und Sicherungstätigkeiten nur von Versicherten ausgeführt werden, die die erforderlichen Befähigungen besitzen. Jetzt kann man sagen, und ich habe tatsächlich mit einem Kollegen aus unserer Branche dazu wirklich lange diskutiert, es ist natürlich, wir haben eine ältere Branche. Die BDSW-Zahlen sagen, glaube ich, ungefähr ein Drittel bis ein Viertel sind über 60 Jahre. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und diese Kollegen brauchen wir, weil sie einen langen Erfahrungsschatz mit sich bringt. Wenn ich aber weiß, dass diese ganze Thematik Mund-Nasen-Bedeckung, Übergriffe zu gewaltbereiten Tatenhandlungen führen kann, wenn ich also weiß, dass ich eine sich radikalisierende Corona-Leugner-Szene habe und jetzt nach fast einem Jahr Maskenpflicht sich niemand mehr rausreden kann und sagen kann, oh, ich habe meine Maske vergessen und das wusste ich überhaupt nicht, dann kann ich davon ableiten, dass jeder, der keine Maske trägt, das vorsätzlich tut. Oder die Maske falsch trägt, die das vorsätzlich tut. Und dann kann ich sehr wohl in die Richtung gehen und sagen, diesen Personenkreis, den ordne ich genau dieser aggressiven Szene zu. Oder muss zumindest die Gefahr sehen, dass diese Person aus dieser aggressiven Szene kommt. Wenn ich dann also weiß, dass es dort Gewaltbereitschaft herrscht, und das ist ja nicht der erste Übergriff, sondern wir lesen ja tagtäglich von Übergriffen im Rahmen der Mund-Nasen-Bedeckung und den Hinweisen, dann muss ich mich auch als Unternehmer fragen, wen setze ich denn eigentlich für solche Tätigkeiten ein. Und dann muss man sagen, hier, die Erklärung, hierfür körperlich und geistig geeignet sowie persönlich zuverlässig. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass jemand, der 70 Jahre ist, nicht topfit ist, weil er seit 50 Jahren Kampfsport macht und sich wehren kann. Aber diese Situation hat offensichtlich gezeigt, dass dieser Sicherheitsmitarbeiter, der dort zum Einsatz kam, offensichtlich nicht über die Fähigkeiten verfügte, sich so einer aggressiven Person zu stellen. Und dann sind wir wirklich in dem Punkt, und deshalb habe ich das auch überschrieben mit der Bezeichnung, als Berufsgenossenschaft würde ich den Unternehmer zahlen lassen. Natürlich ist das erstmal ein Arbeitsunfall. Aber der Arbeitsunfall ist nicht deshalb zustande gekommen, weil dort leichtsinnig oder Gefahren außer Acht gelassen wurden, sondern hier hat ein Mitarbeiter des Unternehmens sich einer Situation aussetzen müssen, die er offensichtlich nicht beherrschen konnte. Und da ist der Unternehmer verdammt nochmal in der Pflicht, sein Personal entsprechend auszusetzen. Und wenn wir Probleme haben und ich keinen jemand anders habe, der das machen kann, dann muss ich an dieser Stelle auch ernsthaft mal so ehrlich sein und sagen, okay, diesen Auftrag kann ich nicht annehmen. Aber nein, ich setze wieder einem Mitarbeiter einer Gefahr aus, um praktisch schnell mal Geld zu verdienen. Und das bringt mich sowas von auf die Palme, weil offensichtlich eine Gefährdungsbeurteilung nicht vorlag, nicht durchgeführt wurde, Gefahren nicht erkannt wurden, bewertet wurden und ich jemanden eingesetzt habe, der schnell, schnell zur Verfügung stand. Und das ärgert mich immens. Und dann nochmal wirklich an dieser Stelle zur Betonung, der Sicherheitsmitarbeiter hat nichts falsch gemacht. Aber an dieser Stelle wirklich den Unternehmer und sorry, wenn ich das so deutlich sage, dem Unternehmer, auch als Berufsgenossenschaft, würde ich so dermaßen den Arsch aufreißen. Letztes aufreger Thema, weil ich ja schon wieder so wunderbar da drin bin und mein Bluthochdruck durch die Deckel schnellt. Eine Meldung zu einem Gerichtsverfahren, zu einem auch Unternehmer, Sicherheitsunternehmer. Er putschte sich mit Kokain auf, war ein Verkehrsraudi, schlug Prostituierte, hortete Anabolika und hatte oft eine Waffe griffbereit. Dieser Sicherheitsunternehmer muss sich nun vorm Amtsgericht tatsächlich verantworten. Und zwar aus den Jahren 2016 bis 2017. Und wie ist das aufgefallen? Natürlich nicht, weil man ermittelt hat und die Person sonst auffällig wurde. Nein, Rückblende Juli 2018, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsämts gelten, war der Vorwurf, der dann auch vom Amtsgericht verhandelt wurde, nachdem der Sicherheitsdienstleister in die Insolvenz geraten war. Und dann kam das immer, immer wieder. Nebenjobs, zusätzliche Nebenjobs, Personalknappheit, schwere Bezahlung, Flüchtlingsaufnahmezentren auch wieder und dann der Absturz in die, ja, wir wissen nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, in die Insolvenz, in die Thematik. Wir waren alle überfordert, ich am meisten. Ja, dann die Vorwürfe, Körperverletzung gegenüber einer Prostituierten, Kokainbesitz, Waffenbesitz etc. Witziger an dieser Stelle, nein, traurig witzig, irrsinnig witzig. Den Waffenbesitz seines Mandanten erklärte der Anwalt mit dem Security-Mann-Gefühl, er hat gemeint, das geht so. Also, ja, ihr merkt, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Vor Gericht häuerte sich jetzt der Angeklagte aus, nennen wir ihn mal Marlon C., so nennt ihn ja auch der entsprechende Artikel, und er sagt, ich will jetzt Familie, Kinder und ein normales Leben führen, er will jetzt seinen Meisterbrief machen als Meister für Schutz und Sicherheit und am Ende reicht es dann für ein Jahr und sieben Monate Haft auf Bewährung. Man blieb unterhalb der Grenzen des Strafmaßes, was möglich war und der Richter sagte zum Schluss, sie haben ihre Chance erarbeitet und verdient. Ich hoffe, er kriegt diese Chance im Wach- und Sicherheitsgewerbe nicht mehr. Solche Menschen brauchen wir nicht und ich hoffe, die entsprechenden Ordnungsbehörden haben auf dem Schirm, dass er damit seine Zuverlässigkeit verliert. Jeder hat eine zweite Chance verdient, aber das, was er sich da vorzuwerfen hat, ein Unternehmen schon in die Insolvenz geführt und danach weitergemacht, inklusive schwerster Straftaten, die dazukommen. Dieser Mensch, solche Menschen, brauchen wir meines Erachtens in der Branche nicht. Und das war es dann auch wieder mal, die Security News der Woche. Ihr findet uns wie immer auf den entsprechenden Kanälen, gebt uns da ein Abo, ein Like. Wir verdienen kein Geld damit, also von daher unser Geld, unser Lohn sind eure Likes, eure Kommentare, eure Diskussionen, die ihr sachlich überall dort durchführen könnt, und wo ihr uns findet, jetzt auch tatsächlich verstärkt, wieder und weiterhin auf Instagram und auf Twitter. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf, das Wetter soll ja so eisig werden. Zieht euch warm an und in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020